Hallo ihr Lieben, und das sind wir wieder bei einer weiteren Folge Forrest mit der EDA und dem Vibes-Kleid. Äh, Miniro! Äh, genau. Tschüss! Nimm ich mit? Wir krabbeln mal wieder hier nach oben. Hier ist ja soweit nichts. Und auf Koffer schieben hab ich keine Lust. Alter! Und mir ist schon wieder kalt. Bei mir geht's noch. Gott sei Dank. Ich meine, es steht bei mir unten nirgends, aber... Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, dass hier wirklich nichts ist. Außer ne Kassette, was wir gefunden haben. Ja. Und das Schöne ist, wir kommen hier noch raus. Wir kommen hier echt raus. Ja. Ich frag mich, wo der andere Höheneingang ist von dieser Höhle. Werden wir ja gleich sehen, wenn wir, glaub ich, nach oben klettern. Kannst du noch ein Feuerschirn machen? Warum ist die kalt? Ja, sehr. Oder? Ich mach mir hier... Warte kurz. Genau. Ich glaub, das ist die beste Lösung. Äh, was war das? Achso. Wegen Kälte. Soll ich vielleicht auch mir einschlafen? Dann hätten wir wenigstens eins für meinen Voraus. Alter, das sind ja gar andere Klamotten da. Das geht gar nicht. Nein! Wie wenn du hinter da drin wackelst. Haha. Hallo? Wenn schon, denn schon. Alter, was... Das hört sich definitiv groß und laut an. Ähm... Ist das dunkel? Guckt euch das mal an, ihr Lieben, ey. Wie sie lang stanziert in diesem Bini-Ding. Guckst du die ganze Zeit auf meinen Po, sag ich? Nein. Nein. Was bist du denn für eine Perverse? Pfui. Nein. Pfui. Nee, du guckst mir jetzt unter meinen Ruck. Ich schäme mich. Wieso gehst du auch vor? Meine Beeren schlüpfen. Was? Da muss sich die Kaddi auch noch räuspern? Naja, ich... Meine Stimme ist weg. Ähm. Willst du machen? Ist denn so ein Ding? Ich glaube... Wozu gibt es denn sonst hier einen Weg nach oben? Ich glaube, das ist... Könnte der Krater sein. Alter. Pracht. Alter, hab ich was gebracht, ja? Ja. Ja, ist weg. Wir sind Babys. Na, hast du es kaputt gemacht? Nein. Babys! Babys! Alter. Babys! Ich weiß nicht. Die Kaddi war es. Ich schwöre, hier sind... Oh, oh. Das... Da hat es gerade gezischelt. Ja, das waren die. Das waren die? Ja. Aber die meint so. Wo ist denn die andere? Hallo? Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Warte mal, mein Feuerzeug. Mein Feuerzeug. Mein Feuerzeug. Er hängt. Idiot. Also das kann man... Nicht davon... Alter, warum ich? Immer auf die Schwachen... Äh! Äh? Was warst du zu? Müsst du, da rät du rin und rand wieder raus. Äh! Herrlich. Was? Kannst du ein Feuerschen machen? Ähm... Er rett den Umkreis. Packst du Fisch rauf? Ja. Zwei Stück. Jetzt haben wir dich abgefangen. Da kommt noch einer. Klingchen. Woll! Schmackofatz. Okay, das war schon mal schlecht. Ähm... Na, komm her. Der... Liegt auch sehr elegant. Was? Na, für Rüstung. Oder hast du noch Rüstung? Ne. Hab ich nicht. So, Mollis. Oh, hier liegt noch einer. Hier liegt noch was in der Dingsbums. Was zum Lesen. In der Dingsbums. Da hinten, okay. Oh, den kann ich nicht machen. Okay, eine Rüstung kann ich mir machen. Da liegen zwei... Hier ist was zu trinken. Nein, jetzt hab ich's... Ach, ich brauche nicht. Hier liegen... ...Skelette. Ich glaub, ich hab zwei schon eingesammelt. Und die müssten... Oder? Ich hab keine Ahnung. So, erst mal die Stöcker. Die Stöcker sind wichtig. Was haben wir hier? Okay, Kinder werden wie eh und je vermisst. Und darunter ist irgendwas mit Spaß am Trinken oder so. Ja, das wollte ich nicht. Was am Trinken? Ja. So, was gibt's denn hier noch? Das geht anscheinend nicht mehr. Nicht hier hoch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was? Hier oben geht's hoch. Aber ich war unten und nicht gucken. Feuerzeug ist... Ich glaub, es ist nicht die Idee, wo's hochgehen. Das hier wird gerade zu. Weil mit der... ...was nicht hier ist. So, warte mal. Wir sind von hier gekommen, wir sind von hier gekommen, wa? Warte mal kurz. Wo haben wir denn... Okay. Perfekt. Wir sind von da hinten gekommen, wo das Lagerfeuer steht. Gehen hier jetzt weiter, ja? Na, wir haben zwei Wege. Einmal da, wo du gerade hinguckst. Durchs Wasser oder da hinten hin. Wo wollen wir zuerst hin? Keine Ahnung. Warte, ist mit da hinten. Links. Von dir. Hä? Links? Hier, wo's hell ist. Hups. Hey, da hab ich auch was hingeworfen gerade. Ja. Da geht's auch lang. Na dann? Äh, wo lang? Na, geh doch gerade zu hier. Ist doch eine ganz große Höhle. Hallee. Aber siehst du mehr als ich? Nein. Ich seh nur Wasser. Oh. 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 Oh, ne Kiste. Mit nix drin. Enkohol können wir eh nicht mitnehmen. Lecker, was für Enkel. Oh. Kettensägel liegt hier. Wo? Ja. Ja. Das gute Stück. Wo ist denn das? Ah. Ja. Oh, schade. Ja. Die nächsten werden wir... das legen. Sehr schön. Oh. Wie lang? Gibt's auch noch, ne? Warte mal. Neh mal das wieder in die Hand. Warum? Ich dachte, wir wollen... Ja. ...ein gut machen. Ja, werden wir auch. Wie geht's nach oben? Wir haben die Kettensägel gefunden. Nice, nice. Ich weh nur noch das Katana. Ja, ist die Frage hoch oder wieder zurück und die anderen Wege? Wir können ja mal oben ganz kurz gucken. Oder einer geht da oben und guckt und sagt Bescheid. Ja, wenn ich was sehe, gerne. Ja, okay, ich komm weg. Hey, hey. Kann auch sein, dass da hinten, wo es weiter ging, wir vielleicht zur Höhle kommen. Also zum Krater. Ja. Und was sieht dein Elmauge? Dunkelheit. Nice. Lauf durch einen dunklen Gang. Und... Hier? Komm mal hier. So, dass wir sollen. Oh, hier kann man hochklettern. Kann man tauchen. Und hier kann man hochklettern. Ach, Mann. Aber ich glaube, hier ist nichts. Vielleicht warte mal auf dich hier. Das sind Füße. Oder vielleicht schon mal hochklettern. Ich bin noch nie geklettert bei Forrest. Oh, das Licht ist viel besser von dem Ding. Ähm. Hier ist kalt. Gut, ich bin hoch nach oben gegangen und hier ist eine ganz große... Ach, das ist ein Koffer. Ein Sessel. Hier ist ein Lagerfeuer hier unten. Hier. Aber nicht von uns, oder? Nicht. Doch. Äh? Äh? Waren wir hier schon? Und kamen nicht hoch? Kann das sein, dass wir hier schon mal waren und... Sind wir nicht von da gekommen? Geh mal weiter gucken. Dein Ausgang? Müsst ihr denn hier nochmal hochgehen, oder? Ich weiß nicht. Hier hängen Menschen. Und ich habe irgendwas hier gefunden. Spielfigur. Aber hier ist auch ein Lagerfeuer. Hä? Sehr verwirrend. Ich komme gleich nach oben. Ich habe mir gerade was hier rausgepackt und gucken. Wie gut es schmeckt. Oh. Scheiß Fledermaus. Boah, das ist gerade laut in meinen Ohren. Hier ist was Großes. Wo hast du was gefunden? Da, wo die Leichen liegen. Und hier sind Medikamente bei mir hinten. Spielzeug habe ich nämlich gefunden. Gut. Spielzeug hast du auch gefunden? Ja. Wir können einmal da lang und einmal hier. Da habe ich mich gerade erschrocken wie in der Fledermaus. Yeah. Ich glaube, wir kommen jetzt hier hoch. Was für ein Gemetzel. Oh. Hey, wir haben was geschrieben. Ich werde draußen ein Dings machen. Ja. Wo haben wir das gute Stück? Da haben wir es. Was für eine Farbe soll es denn haben? Die anderen Höhen, ne? Also rot. Oh, hier ist was zum Gucken. Gebiet. Wow. Er guckt sich das weiter an. Hört auf, sich das weiter anzugucken. Was war das? Das war ich. Gut, dann weiter rein, oder? Ja. Ist hier noch Fische, die man... Sauber bin ich auch. Bist du schon unten? Ja, die Kalifa. Bin drin. Die Kalifa dampft schon. Wie wäre es mit Nahrung oder so? Oder Stöcker mitnehmen. Aber egal. Gut. Alles klar. Dein Ernst? Gali! So. Alter, ich hasse dich. Ich weiß. Schauen wir mal, was man mitnehmen kann. Was? Mit dem Kind? Mitnehmen kann. Schau mal die Leuchte hier auf. Guck mal! Oh, Big J. Echte. Oh, Kettensäge ausprobieren. Zwei Stück. Gali. Ja, ich such erstmal hier. Vielleicht ist Lust. Ich werde nicht rennen können. ting. Oh! 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 Alter! Alter! Fetty kommt! Fetty! Alter! Oh, der stirbt gleich, wenn es so weitergeht. Na denn? Mal ausnehmen. Die Kettensäge ist echt gut. Die ist echt gut, das gefällt mir. So, das nehmen wir auch mal mit. So. Und? Feder. Ich kann, glaube ich, die auch noch rausballern, so eklig, verdorbener Fisch, eklig, ich habe keine Nahrung, die ich mitnehmen kann. Ich habe einen Vogel vom Himmel geholt. Ach man, der Vogel. Was haben wir hier? Doch, bleib stehen. Fischies. Ernst? Fischie, komm mal kurz her. Alter. Dich will ich kosten. Fisch? Den neuenartigen Fisch da. Was macht denn der Vogel? Den wir gerade vor kurzem entdeckt haben. Ah, Klamotten. Bleib bei meinem Minirock. Gott. Beide verloren. Hm. Gut, ich glaube, ich bin auch mit Steckern voll. Wir könnten wieder in die Höhle rein. Ja, ich will noch einen Fisch. Habe ich jetzt drei Stück? Ne, ich habe drei Stück. Vogel! Was? Der arme Vogel, Mann. Vom Himmel geholt. Wir hätten uns aber noch Rüstung machen. Äh, mit dem einen hier? Oder wie? Stimmt. Und nicht. Deswegen. Jetzt renne ich auch. Oh. Renne so schön. Ha. Gut, dann haben wir einmal den Weg nach unten wieder. Und jetzt... Oh Gott, das ist eh nichts. Ich sehe nichts. Und hier haben wir noch einen Ausgang. Oder Eingang. Oder Abzweig. Oder wie auch dem. Sei guter Deutsch, ich weiß... Oh, diese Fledermaus. Oh, warte, ich habe keinen. Warum er eigentlich immer sein Teil beipackt? Dein Teil wegpackt? Nicht das, was du wieder verstehst. Ich verstehe gar nichts. Ähm... Was meinst du runter? Na ja, gucken. Und hier durchschwimmen. Na toll, jetzt muss ich schnell machen. Ja. Das wird jetzt ungünstig. Gut. Schaffst du. Falls man weiß... Ähm... Wo es weitergeht. Ähm... M&M. Geht's nicht weiter, ne? Weißt du, ich sehe hier gerade nichts mehr. Gut. Ernsthaft? Was hat mich da jetzt weggeschoben? Cool. Gut, dann war der Weg vollkommen umsonst. Ja, und es ist wieder kalt. Ja. Ne, brauchst du nicht. So spät. Die Axt, die macht's doch. Ja, wenigstens wissen wir dann, dass wir hier schon mal waren. Richtig. Mit Lagerfeuer. Weil ich auch ein bisschen was zu essen noch aufpacken könnte. Ah... Ich hab grad ein Bein. Ich hab ein Bein. Ich auch. Ich bin gerettet, ich hab ein Bein. Ich bin so glücklich. Ich war in meinem Leben noch nie so glücklich. Mein Inventar zu haben, erfüllt mich mit Stolz. Gut, das heißt, wir müssen wieder zurück, ne? Oder wir haben hier irgendwas übersehen. Kann ja auch mit muss sein. War da nicht noch am Weg? Ja. Einer war noch, ne? Deswegen sag ich ja, wir müssen zurück. Ey, du hast meinen Fisch gegessen. Das ist mein Fisch. Das ist mein Fisch. Ich hab zuerst draufgepackt, du Arsch. Du ach. Was war denn eigentlich? Wo bist du? Sag mir vor, bist du? Ach, schade. Das ist Wahnsinn. Ach du Kacke. Schickst du mich in die Höhle? Uh, hier kann man schon wieder was... Höhle, Höhle, Höhle. ...einsammeln. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ich bin voll mit Uhren. Aber Kleingeld. Dafür hab ich immer Platz. Und Medikamente. Und schon wieder so ein Kopf einsammeln. Nein, meine Axt. Nein. Jetzt hört aber auf. Aber jetzt könnte ich eigentlich ein paar Bomben bauen. Ich habe kein... Okay. Hätte das sein können. Ja, ich habe eine Bombe gebaut. Weg damit. Nein, ich leider nicht mehr. Überlebt man den Sturz? Naja, wir probieren es mir lieber nicht. Können wir bauen? Abwärts. Mit meinem Minirock, wie das aussieht. Alter. Unten. Das bringt sehr viel. Da warst du ja schon. Ja, da war nichts. Sieht aus, deine... Ey. Lass mich. Ich bin schüchtern. Hui. Komme. Ich hoffe, du machst auch voll den Speed. Ja. Immer wieder das angezündet. Ah. Ah, dieses... Feuerzeug. Irgendwas ist da gerade durchgesprungen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Arm war, dass ich mal Hallo sagen wollte. Achso. Oh, geht. 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 Oh, weg. Da hinten müsste es eigentlich schon sein. Und da müssen wir links abbiegen. Gut. Gut. Die Betonung auch noch, das war so widerlich. Was? Ja. War nicht widerlich. Voll widerlich. Rohrkästen. Was? Rohrkästen? Rohrkästen. Leere. Rohrkästen. Oh, Stoff. Stoff, Stoff, Stoff. Alkohol. Oh, trinken. Das hört sich auch nice an. Komm, ich trinke mal eine Runde, dann könnten wir noch eine mitnehmen und dann weiter geht's. Bin total begeistert. Und ich erst. Oh. Was ist das? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hab doch gar nicht eh gedrückt. Ach, hier ist der Schlitz, Mann. Ach, Kalli. Da oben wird's hell. Echt? Ja. Ich glaub, das war's mit der Höhle, ne? Naja, was haben wir hier gefunden? Den Kletterhacken und die Kettensäge. Die Kettensäge, genau. Alter, was ist das? Da schnurrt was da oben. Ich bin nicht als... Also ich warte auf dich hier. Nein! Geh hier, Felix, gucken! Nein, nicht in meinen Minirock! Oh, scheiße. Ist der drin oder ist der draußen? Mit meinem Minirock. Der hängt sich echt hier am Seil. Mal hier gucken! Ah, du bist so mannlich. Der tut Frauen nichts. Nein, der möchte nur meinen... Oh, komm. Gib ich dich! Echt jetzt? Ran an den Fight! Ich seh nichts! Yeah! Ja! Ich klasse! Oh, ah! Hahaha! Ja, er ist Totenfall. Ich auch fast. Boah. Alter, Hardcore. Ich würde sagen, läuft! So, Medikamente wieder reinpfeifen. Wunderschön. Äh, Kali? Oh. Oh. Da, Cha. Ja, Cha. Er zog noch... Ah, aus, die Maus. So, Diggi haben wir auch hinter uns. Hier liegen noch ein paar, oder hängen, besser gesagt, noch ein paar. Oh! Ja, der ist... Halb. Ist das seine bestere Seite? Auch? Ja, der ist auch nur noch halb. Jetzt in den Krater. Vielleicht geht's ja hier irgendwo zum Krater, ist sie absolut gar nichts. Ja. Nee, da ist nichts. Gut, warte mal gucken. Oh, mal gucken. Da rennt die Kalli aber nach vorne. Auch nicht. Da ist... Hallo. Alter, will er mal... Da ist aber noch einer. Aua. Dein Gefühl ist nochmal raufträuschen. Hier geht's auf jeden Fall nach oben. Dein. Noch mehr. Hier ist auf jeden Fall irgendwas Großes noch unterwegs. Bei uns? Du hast zum Gucken. Ich kann's nicht bei Ihnen. Ich auch nicht. Haben wir das vielleicht schon? War hier? Könnte gut möglich sein, dass wir hier mal waren. Hier hat eine Uhr. Abgezogen. Wimpergeld. Ne, hier ist soweit nichts mehr. Das heißt, äh, nach oben. Na denn. Alter, das hört sich megamäßig groß an oben. Sehr groß. Ich muss was essen. War denn noch was? Fisch hätte ich noch im Angebot. Ich auch. Kommen wir an unserem Lagerfeuer vorbei? Ja, wa? Nein, wir gehen jetzt hier hoch. Wo hoch? Na da. Ne, das ist doch nicht. Du sagst na da. Da. Ach, da. Ach, die Kali. Es ist so... Du bist Blut überschrörend. Wasch dich und meine Infektion soll vermeiden. Und bei mir? Ich hab Hunger. Naja, ich hab auch Hunger. Muss mich waschen. Sehe ich da etwa einen Daumen an meiner linken Schulter? Guck auf deine linke Schulter. Hast du da auch einen Daumen? Oder einen Zeh? Nagel? Nein. Meine Rüstung ist weg von den Fischern. Oh. Das weit. Ich glaub, es geht hier nach oben. Ja. Und es ist Nacht. Ich hab aber nix hingestellt. Kann das sein? So, dann. Sagt, getan. Ähm. Rot. Wasser, ich muss mich waschen. Haben wir den jetzt in allen Höhen eigentlich nicht, ne? M-m. Irgendwie gibt's da noch. Vielleicht übersehen wir ja die Teile, wo wir... Ups. Etwas wegsprengen können. Äh, auf da. Puh. Sorry. Kein zu quatschen. Hm. Aber hier sind wir schon ganz gut rausgekommen. Mit der Nähe von dem Eis-Zeugs. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, die Hüte ist schon mal richtig gut. Das Ende ist ja irgendwie der Dill vom... Eisgebiet. ...weil es da überhaupt. Gut, ich mach jetzt n Lagerfeu. Ich hab Hunger. Jetzt hab ich hier... ...Dings gegessen. Ich bin satt. Okay, dann esse ich auch nur n Dings. Immer die Leute, die uns so Süßigkeiten fressen. Da kommt ein Freund hoch. Eine sie? Eine missis? Ja, die hört sich ein bisschen leidend an. Oh, hallo. Der freut sich noch mal... ...noch im Liegen. Oh, Pilze. Nicht Pilze essen. Aber ich würde sagen, hier machen wir n Aufnahmepause. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis dann. Dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.